ja willkommen mein namen ist dann die röpe und ich begrüße euch zurück zur let's play street fighter 4 immer noch gegen self und ich mache jetzt platt kommen was rolle es bestimmt jetzt schon der 20 versuch oder so weiß nicht ob ich den part davor wirklich hochladen oder nicht weil das sind 30 minuten eigentlich nur wie ich versuche gegen den hier zu kämpfen und die ganze zeit nur verliere aber was soll es er gehört noch mal zu nein es geht doch einfach nicht ich habe noch gar keinen schaden angerichtet versoldert ja mach weiter damit damit kann ich zu euch kommen wenn ich gegen deinen scheiß dals im angriffe warum ist der bitte schon abgesprungen ich verstehe nicht boah immer dieser angriff ich hasse es darf doch einfach nicht wahr sein kann doch nicht wahr sein dass ich ihn nicht schaffe ich komme mir noch vor wie früher in street fighter 2 aber damals war ich noch ein kleines kind kann ich sein dass seine angriffe alle setzen und meine nicht ich habe da auch die ganze zeit wie bekloppt super verreckt doch mal endlich ich halte es nicht aus man ich versuche es die ganze zeit schon hier ich krieg ihn einfach nicht egal was egal was ich mache ich krieg ihn nicht ich krieg ihn einfach nicht kaputt das darf doch nicht wahr sein wie kann wie kann denn so stark sein das gibt es nicht ich verstehe das geht nicht mein kopf rein ich werde jetzt bestimmt schon beinahe eine stunde versuchen den kaputt zu hauen das ist das erste mal ich das spiel heute rein lege und ich will mit einem sieg davon kommen ich gehe gerade einfach nicht hin wenn ich es brauche jawohl boah seine fäuste weg gefaustet so komm schon jetzt ich habe ein gutes gefühl ich habe ein gutes gefühl ich verdamm mich selber wenn ich das sage jawohl au au ey nein es fängt ja schon wieder damit an boah ey Ich bin ja langsam am Verzweifeln. Und jetzt macht er mich platt, ne? Ja. Mit seinem Werbelsturm aus seinem Bauch. Leck mich. Ich brauche keinen Werbelsturm. Hi. Ah. Warum schon? Lass mich ihn, glaube ich, jetzt besiegen. Ernsthaft? Wenn ich das schon wieder sehe, ne? Boah. Wer macht all die Sachen, die mir auf die Nerven geben? Ah. Ich glaube, vorher hat das geklappt. Boah. Also jetzt schaue ich gar nichts mehr gegen ihn. Ey. Wie bei Ihnen immer alles sitzen, bei mir nicht. Ey. Ich bin übrigens immer noch in der gleichen Session wie die zwei, drei Parts davor. Ich bin jetzt schon seit Anfang an. Ich bin jetzt wie, vier Stunden, zwei Stunden oder so hier dran. Ich habe Zeit, kein Problem. Wir haben Wochenende. Kann ich mir leisten. Ich habe mir sowieso nichts vorgenommen morgen. Kann ich die ganze Zeit nacht durchmachen. Ich gehe ja nicht weg, bevor ich den nicht kaputt haue. Wahrscheinlich werde ich danach direkt pennen gehen, aber... Trotzdem. Wenn überhaupt. Vielleicht gehe ich ja gar nicht pennen. Hey, leck mich an. Ich kann auch graben. Ich kann auch graben. Ich kann auch graben. Nein. Hey. Hey. Ich kann auch graben. ja wir fehlen die worte langsam durch sein wie er immer schon direkt damit anfängt nein mann jawoll das vielleicht auch öfter diese konnte einsetzen wo ich habe so gefühlt wird irgendwie glückbarisierend sein mein gott kann doch nicht wahr sein weil ich sogar schon gegen seine erste form ja ich komme nicht mal zu seiner zweiten form mein gott weg 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 ich schaffe noch nicht mal seine erste form ist das denn für ein dreck ich gehe nicht weg bevor ich nicht erledigt aber darf doch nicht wahr sein ich schaffe das noch bin wahrscheinlich der einzige der so lange gebraucht hat um den das erste mal zu erledigen trotzdem davon wird es nur sehr viel mehr platz geben übrigens aber dann werde ich die ganzen fels wahrscheinlich das nächste mal ausschneiden und ich wahre ein jetzt ruhig weiter aufladen können ich will das hier einsetzen mann ich weiß schon dass du hat immer einsetzt da er setzt immer ein wenn ich mich näher da guckt euch das an okay ich mache wahrscheinlich auch immer genau das gleiche ich mache auch immer nur das gleiche eigentlich das ist ja schon fast professionell auch punch punch kick punch 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 kick dann ist der böse mann tot ich sollte mehr kleinere schläge einsetzen diesen angriff den hat sich auch langsam er macht er fängt schon immer damit an wenn ich diesen scheiß angriff mache komm schon langsam genug gelitten oder nein mann nein das gibt es doch einfach nicht mein gott nee wenn ich gegen mein mikro kommt entschuldigung langsam habe ich doch mal genug gelitten lass mich doch jetzt mal gewinnen okay du hast deinen spaß ich auch du hast deine momente ich hatte meine momente momente ist ja jetzt gut nix da mein gott mir der jetzt ist gibt es doch nicht der ist echt ich schlachte das jahrhundert kann das sein schon wenn ich jetzt meine ulti einsetzen könnte nein es wird mir verwehrt kommt schon trifft ihn oh mein gott nein nein ey leute ey es 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 mir fehlen langsam die worte ich weiß gar nicht mehr was ich sagen soll ich habe jetzt schon zwei stunden am stück aufgenommen ich weiß jetzt nicht mehr was ich hier noch kommentieren soll ich will einfach nur fertig mal nach hause gehen da schon zu auf bin bin ich schon mal sehr dankbar wenn ich denke wenn du möchte so ein pokal haben und dann nimmt das ist jetzt der erste charakter übrigens nicht steuer ihr seid noch part 4 glaube ich 1 2 3 ja 4 ja 4 glaube ich ja 4 4 ja ist 4 ist 4 weil die verwirrt waren pf aah den angriff ich habe ihn doch war ich glaube ich setzten konnte auch ein bisschen auf der 1 jetzt aber schon vor allem langsam habe ich ihn auch mal raus hier irgendwie langsam weiß ich auch ja wie ich seinen angriff hier abwehren kann ich weiß nicht wie ich gegen seinen scheiß talz im arm wappnen kann in dem springe ha 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 und langsam berg ha 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 vorsichtig vorsichtig ich gehe ja kein risiko mehr ein ist der blöd kinderspiel kraft ist mehr als nur die stärke deiner moves vergisst das niemals wenn ich jetzt ein krieger zielorientiert gegen die habe ich nicht gekämpft da war schon mit dem spiel haben wir es mit trio geschafft im weg des kriegers zu beenden jetzt mal die leute die ich noch nicht kenne boah das war jetzt schweißtreibend aber schwieriger als irgendwie keine ahnung jetzt im bosse von einigen projekten die ich bis jetzt gemacht habe vielleicht ist ja auch hier und ich mein charakter das kann vielleicht auch sein aber ich möchte jetzt nicht auf den charakter hier ich möchte es jetzt nicht auf den charakter er wird schon dann danke die beine kenne ich dicky und sumbringer rame stereo bruce lee sieht aber auch echt aus wie bruce lee ja ich werde mal alle noch spielen ok vielleicht nicht alle aber die meisten zum treffel ist das war einer kommt der am boden rum was zum teufel und die böse aus dem intro ok dann ist jetzt zwar der vierte part erst aber wir sind schon meinen credits aber ich werde noch nicht ab hier aufhören nein das wäre mir ein bisschen zu kurz ich muss noch ein bisschen frust abbekommen ist da er sich bewegt wenn kann ich auch er hat irgendwie so super kräfte na kuhmann den kennen ja auch ist nicht irgendwie der lehrer oder so von rio oder irgendwie so weil sie nicht wir haben schon alle charaktere freigeschaltet wenn ich ein bisschen schade aber kämpfer machen wir noch also keine ahnung ein paar charaktere möchte ich nur in der karte ja durch bekommen ich möchte ja meinen weg des kriegers hier zur schau stellen nur beweisen können hat jeder noob irgendwas erreichen kann wenn er dran bleibt der noob bin in dem fall ich brauche geh du weg ey dich möchte ich eine lange zeit nicht mehr sehen geh bloß weg ey nein 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 geh weg zeig mir jemanden anderen ja bitte danke ja du bist genauso schlimm du kannst du weißt nicht der hat den angriff von dir immer eingesetzt man oh gott ja schon wie kennt man ich werde auf jeden fall noch ein bisschen im training hier um sitzen und zu gucken wie man die verdammte ultimate einsetzen kann weil ich glaube dann hätte ich es ein bisschen einfacher gehabt wenn ich jetzt versucht hätte die ein zweimal ich habe die ulti eingesetzt aber hat die ulti ich werde die auf jeden fall noch mal üben hier einzusetzen nächstes mal wenn ich den typen nämlich treffe will ich ihn kaputt kaputt hauen und auseinander nehmen soll nicht mehr so wie äh so wie jetzt ablaufen in den letzten drei vier parts wo ich nur gefehlt habe ja und da guck mal noch die ganze charakter an wer fehlt da noch alles der indianer ist auf jeden fall so aus ne na ist einer in der weste in der jeansweste was ich hoffe das intro wird auch nicht irgendwie wegen copyright oder so gesperrt oder was weiß ich obwohl da kann ich auch locker ausschneiden irgendwann oder das ending ich rede ja oft genug darüber also hoffentlich wird er mit hat nicht entfernt wenn nämlich voll toll ja ihr seid noch bei ihnen aus dem intro so viel kann aber kapkommen ja ist übrigens ein geiles spiel auch wenn ich die ganze zeit gefällt habe da liegt nicht an dem spiel liegt an mir damit das wisst und ja ihr könnt schreiben ich bin der totale noob ich kann überhaupt nichts oder mir sagen nein so spielt man den nicht oder oder irgendetwas anderes aber egal ich mach weiter muahaha game over ja du mich auch ich hab gewonnen game finished nicht over sie haben eine neue farbe für rio freigeschaltet geil sie haben eine neue provokation für rio freigeschaltet sie haben die möglichkeit freigeschalt die sprache der kampfstimme jedes charakter das im optionsmenü festlegen sie können jetzt für jeden karakter die englische japanische stelle sie haben die car quascha bonus stage im haus mit uns muss freigeschaltet und barry buster sie haben die möglichkeit freigeschalt die bonus stages in der karten muss an und auszuschalten wir haben statt zu einem neuen titel hinzugefügt wir haben statt zu einem neuen symbol hinzugefügt verdammt viele sachen haben freigeschaltet okay gucken wir mal spieler laden denke ich mal hat rekord spiele rekorde eine stunde zwei fortschritt sie gerade 0 prozent das heißt online online wenn ich kann ja versuchen hat der rekorde genutzt 18 mal geschafft nur von 24 also mit online könnte schon mal weggehen weil irgendetwas sagt mir da bin ich werde ich vielleicht mein problem haben keine ahnung gucken hier wo ich was habe die kleidung oder so ne 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 schlatsanzeige ein nido hey ok ich muss sagen was für diesen part wir sehen uns definitiv noch mal wieder ob ihr wollt oder nicht und dann heißt es wieder let's play street fighter 4 akad edition ich bedanke mich fürs zusehen und sage tschüss